ChilliTV Hoi miteinander! Willkommen auf ChilliTV! Ja, es ist eine Weile her, seit ich den letzten Beitrag gebracht habe. Leider gab es Absagen und Umbuchungen, wo ich ja nichts dafür hatte, aber das hat geklappt, nämlich mit einer ganz interessanten Frau aus Thailand, nämlich Amnard, der Woman. Und sie ist der Woman from Job2Do. Und Job2Do ist ein Kollege von mir und gleichzeitig ein Reggae-Superstar in Thailand. Also sind gespannt! So, als erstes möchte ich euch natürlich den Jingle, den ich mit Amnard, der Woman gemacht habe, zeigen, weil der ist also wirklich sehenswert. Schaut da! Hi, so wadika! Amnard, the Woman from Thailand, here for Europe Tour on 15. Juli, my grand opening concert at ChilliTV and St. Gallen, Switzerland. We need you to support us. See you at ChilliTV! Thank you! Kopp und K. Ja, haben Sie gesehen? Lustige Sachen, oder? So, und da jetzt gerade im Anschluss noch einen Song, den sie bei mir aufgenommen hat im Studio. Viel Spass mit Amnard, the Woman. ChilliTV Gute day to come in If you search, you're looking for Everybody go No one alone on my heart Put your hand together Taking side by side To get down a little while My love and catch a day Sing along with me Songs of freedom Good thing will come Let make a dream come true Sing along with me Songs of freedom Good thing will come Let make a dream come true Freedom fighter Freedom fighter For one will unite I wanna see your smile My brother and sister Take a turn on me Take a turn on you Everybody can do Let keep it to the world Sing along with me Songs of freedom Good thing will come Good thing will come Let make a dream come true Sing along with me Songs of freedom Good thing will come Let make a dream come true To be upon you Good thing will come true Just like you You want to see your face See you And there is a heart And there is a heart And there is a heart A heart How can you do Why will you stay Thank you. Kopp und Kaa. Chili TV Schön, oder? Interessante Sache. Ja, und jetzt kommen wir mal zum kurzen Interview mit Amnate Woman. Da will ich gar nicht zu viel vorher blablabla machen. Hört und schaut da einfach selber. Amnate Woman auf Chili TV im Interview. Chili, Chili. Ja, also, okay, liebe Leute. Amnate Woman ist da und Kibli. Hallo, Kibli Jam. Und es wird ein wunderbares Konzert geben, am 15., das heisst der Freitag schon. Und was soll ich sagen? Kurzes Interview mit Amnate Woman. Hello, Amnate. Hi, Sobadika. Woher kommst du denn? Von woher kommst du? Ich komme aus Thailand. Ja, ich komme aus Thailand. Ja. Ja. Und ich sehe, du warst in den Norden, nicht in Hungry, nicht in den East. Hungry und in Deutschland. Und in Deutschland, nicht in Deutschland. Austria. Ja, in Austria. Ja. Ja. Und ich komme hier in Deutschland. Ja. 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 Ich schmeckeis, Ja. Ja. Was wollen Sie sagen, was ist wichtig in der Leben? Ich liebe Schwesterland. Ich liebe Schwesterland. Ich danke dir, meine Freunde. Alle Freunde unterstützen mich. Alle Freunde unterstützen mich. Danke, Freunde in Schwesterland. Keine Freunde, keine Fliege, keine mich. Liebe ChilliTV-Freunde, so weit ein kurzes Interview. Entschuldigung, ich konnte nicht immer übersetzen. Aber hier der Kiffli, Amnard der Woman, am 15. Bei uns hier auf der Terrasse in der Summer Lounge von ChilliTV. Also sind wir dabei. ChilliTV. Ja, ihr seht, das Interview war sehr lustig und interessant mit dem Kiffli und Amnard. Und jetzt noch einmal Kiffli und Amnard live in Rorschach. Ich war dabei mit Kamera und Ton-Equipment. Und das war auch eine sehr lustige und schöne Party. Das war quasi die Eröffnungsparty von Amnard, der Woman Tour. Und das Ganze live auf ChilliTV. Also viel Spass. ChilliTV. 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 ChilliTV ChilliTV. Altyazı M.K. Ich wünsche mir das auch, das ich mir nicht, oder was ich lachen. Ich möchte es nicht. Ich möchte dich nicht mehr so sagen. Wenn ich mich selbst bin, dann muss ich mich überraschend sein. Ich möchte mich allein einmal an, Ich hab dich nicht mehr so sagen. Ooh-oh-oh 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 I want to feel free For the помощью of my life I want to fly Brand with the sunshine I want to bring new For theứtume� To don't buy, please, please, why It's my life 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 Thank you Give some time for Anna Thank you Okay one more song This is my song This is original song too It's my life It's my life It's my life It's my life In your heart For Ruth Okay Let's do it Let's do it If you love it If you love it If you love it It's my life 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 I'dצ participating I mean, and I don't professionals I know I need a dream It's my life I'm alive It's my life A pain I love it I love it Thank you very much for copying us. Thank you. Thank you every people. Thank you. Wow, 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 wow. คนที่ฉันรัก แต่เราไม่เคยรู้เลย เมื่อนฉันรักเขาอยู่ข้างเดียว ต้องส่วนมันไว้ โลกนี้ทำไมต้องสร้างเธอมา ถ้าไม่ให้เรารักกัน รำลองให้ตาย เขาคงไม่ฟัง เก็บส่วนมันไว คงดีที่สุด ทีสุด This is our teacher song, our traditional song from Thailand come along from Thailand then we see, we enjoy together Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018